Es war zu spät. Warte, warte, wir tun uns, hat ja nichts passiert. Und ich... Tadaaa! Total bekloppt. Guten Morgen, ihr Hübschen. Ihr seht schon, wir machen hier ein bisschen Quatsch. Der Dominik und ich sind alleine. Die Kinder sind alle in der Schule und im Kindergarten. Irgendwie fängt, glaube ich, gefühlt, jeder blockt von mir so an. Aber das ist normal Alltag. Kinder sind alle im Kindergarten und in der Schule. Der Dominik wird jetzt ein paar Sachen im Haus erledigen. Zum einen den Zaun anbringen, damit die Sauna dann endlich mal geliefert werden kann. Und... in der Waschküche die Ablage auch noch anbauen. Und zu rechts sägen, das zeige ich euch auch noch. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Recklinghausen. Und zwar bin ich beim Murat, der... Der heißt gar nicht Knochenbrecher. Ich weiß gar nicht, warum ich den Knochenbrecher genannt habe. Bones... Bones... Irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es halt so ein Sportmasseur. Und ich habe den durch Zufall beim Pino gesehen. Der Pino Severino war nämlich da, der mir die Augenbrauen gemacht hat. Und der hat eine richtig gute Massagetechnik. Und massiert auch viele Sportler. Und da habe ich mir gedacht, komm, vielleicht kann der mir da ein bisschen weiterhelfen, was meine Schmerzen und meine Ungelenkigkeit angeht. Und da mache ich mich jetzt auf den Weg. Und nehme euch da natürlich mit. Ich habe extra was ganz Gemütliches angezogen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der schmerzhaft werden wird. Ich habe mir das übrigens auch sechs Monate angeguckt. Ich hatte schon mal einen Termin, habe ich abgesagt, weil ich dann Angst hatte vor ihm. Ich kann euch die Seite echt mal unten verlinken. Könnt ihr euch mal angucken. Ich bin mal gespannt. Also jetzt traue ich mich und... Keine Angst vor ihm, Angst vor seiner Technik. Vor seiner Technik, ja, ja. Die Leute wissen, was ich meine. Vor der Technik. Weil der macht auch so richtige Faszienmassage. Und ich weiß von der Faszienrolle, es ist so schmerzhaft, diese ganzen verklebten Gewebe da zu lockern und so. Und dann macht der auch noch Schröpftechnik. Also der macht wirklich alles. Und ich nehme euch da so ein bisschen mit. Und zeige euch das dann. Ich weiß nicht, was er bei mir machen wird. Ich werde ihm auf jeden Fall meine Krankheitsgeschichte einmal schildern, was sie in den letzten drei Monaten so war. Und ich hoffe sehr, dass er mir da weiterhelfen kann. Ansonsten hilft wahrscheinlich nur noch ein MRT. Weil sonst kann ich auch, weiß ich nicht mehr weiter. Also mir fällt echt sonst nichts mehr ein. Hallo ihr Hübschis. Wir haben jetzt mittlerweile einen riesen Cut, glaube ich, in dem Vlog. die Massage. Ich sage euch, das war ein lebensveränderndes Ereignis. Ich habe direkt einen Folgetermin gemacht. Ich kann euch vom Herzen den Murat empfinden. Recklinghausen Bones Hands heißt sein Massagestudio. Und ich sage euch, das ist, das war so krass. Also der hat gesagt, kein Wunder, dass du Schmerzen hast. Hat mich gefragt, ob ich auf dem Bau arbeiten würde. Ich war komplett verkrampft. Komplett. Schultern, linke Seite, ganz extrem. Ich hatte auch gesagt. Auf Instagram habe ich erzählt gehabt. Dass er nicht Autofahr meine linke Körperhälfte wehtut. Und ich habe das Gefühl, dass die linke Körperhälfte einschläft. Er hat gesagt, kein Wunder. Du bist so verkrampft und links ganz besonders schlimm. Nacken ganz schlimm. Schulter, alles total verkrampft. Er hat gesagt, unfassbar. Soweit hat er wohl schon länger nicht mehr gehabt. Anderthalb Stunden war ich da. Er hat auch diese Schröpftechnik gemacht. Wo man halt solche Schröpfgläser auf die Haut kriegt. Und dann wird so ein Vakuum erzeugt. Und dann wird die Haut so hochgevakuumiert. Und das erzeugt irgendwie so einen Druck oder so. Und das löst nochmal die Verspannungen. Und da habe ich noch Hotstone draufgekriegt. Und ich sehe hier gerade... Warum sagt keiner von meiner Familie, dass ich hier noch schwarz bin von der Massage liege? Ich lag hier anderthalb Stunden mit dem Kopf nach unten. Und da ist natürlich die Mascara verwischt. Und keiner von denen sagt mir das. Okay, muss ich gleich erstmal wegmachen. Sieht nämlich aus, wie ich geheult hätte. Habe ich aber nicht. Mein Rücken, meine Schultern fühlen sich ohne Witz 5 Kilo leichter an. Unfassbar. Ich ärgere mich über mich selbst, dass ich nicht viel früher dahin gegangen bin. Ich habe mir das jetzt schon seit 6 Monaten angeguckt. Und ich ärgere mich selbst. Wäre ich früher dahin gegangen, wäre ich regelmäßiger wahrscheinlich gegangen und hätte nicht diese Probleme jetzt gehabt und diese ganzen Schmerzmittel und so. Also ich habe direkt einen Folgetermin gemacht für Dominik und für mich im Januar. und werde jetzt wirklich gucken, dass ich so alle 6 bis 8 Wochen dahin gehe und mich von dem einfach mal wirklich massieren lasse. Das war jenseits von gut und böse. Ehrlich, das war unfassbar. Und ich muss sagen, ich war ja bei der Physiotherapeutin. Ich hatte 6 Sitzungen und ich habe 2 oder 3 mal gefragt, ob ich irgendwelche Auffälligkeiten habe. Ob ich irgendwie irgendwo verspannt bin oder irgendwie sowas. Und sie wirklich nein meinte. Und ich mir schon gedacht habe, das kann doch überhaupt nicht. Weil man merkt ja, wenn man so verspannt ist. Und sie einfach nein meinte. Und er, der hat mich kaum berührt und hat schon gesagt, hör mal, was ist denn bei dir los? Was machst du beruflich? Und dann habe ich ihm mal erzählt, dass ich halt Bloggerin bin und so. Und er hat gesagt, dein Rücken fühlt sich an, als wenn du auf dem Bau arbeiten würdest. Also echt richtig übel. Ich bin mal gespannt, wie die Nächte jetzt werden. Es fühlt sich alles viel geschmeidiger an. Viel leichter und richtig angenehm. Er meinte, es kann sein, dass ich jetzt den nächsten Tag eventuell Muskelkater kriegen werde. Weil er wirklich schon 1,5 Stunden echt krass massiert hat. Und es hat aber auf jeden Fall super gut getan. Jeder Cent wert gewesen. Es ist keine Kooperation oder sonstiges. Ich habe ganz normal da als Kunde einen Termin gemacht. Und wie gesagt, der Dominik und ich haben dann jetzt auch einen Termin nochmal im Januar. Dann kommt der nämlich auch. Und dann bekommt der nämlich auch. Ich glaube, der Dominik, der braucht auf jeden Fall auch eine Massage mit seinem ganzen Krafttraining und so weiter. Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, sich das auch mal zu gönnen. Wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk suchen solltet und ihr kennt jemanden, der Probleme hat mit Rücken und so weiter oder viel Sport macht oder so, kann ich euch nur empfehlen, einen Gutschein von Murat zu kaufen auf jeden Fall. Und ansonsten sieht es hier aus wie Sau. Man merkt, dass die Mama den ganzen Tag nicht da war. Weil, schaut euch das mal an. Der Boden sieht aus wie heiße Lava. Der Odin ist komplett kaputt. Der Dominik hat hier draußen gearbeitet. Das zeige ich euch gleich. Und der Odin war halt draußen und hat da in der Matsche gebuddelt und was weiß ich nicht alles. Und die Kinder haben jetzt gerade auch alle gegessen. Die Lamia hatte noch eine Freundin hier. Das wusste ich nämlich nicht. Und da musste ich ganz, ganz schnell was zu essen zaubern. Da gab es Reste Nudeln, die ich noch hatte. Ich glaube, ich habe vier verschiedene Nudelsorten gekocht, Rührei gemacht und Ketchup. Und die Kinder haben das alles weggefuttert. Und ich zeige euch aber jetzt, was der Dominik denn heute alles Tolles geschafft hat. Da warte ich ja auch schon seit einem halben Jahr, dass der da Zeit für findet. Und jetzt ist es endlich soweit. Ich glaube, wir gehen erst mal nach draußen und dann zeige ich euch meine Waschtüche. Die sieht jetzt so schön aus. Da kommt noch, hört sich total bekloppt an, aber da wird auf jeden Fall noch ein bisschen Deko hinkommen. So ein paar Körbchen, wo ich mein Waschpulver und so, meine Pads reinpacken kann und so weiter. Und dann wollte ich noch schöne Körbe holen für die Wäsche. Aber das zeige ich euch gleich. Aber jetzt gucken wir uns erst mal den Zaun an. Und jetzt kann ich nämlich auch anrufen wegen der Sauna. Weil die Jungs machen das nämlich morgen auch direkt hier weiter fertig. Und so sieht das jetzt hier aus. Tadaaa! Jetzt haben wir hier zugemacht. Das wird natürlich noch gestrichen, aber das können wir erst nächstes Jahr im Sommer streichen. Jetzt ist es einfach viel zu kalt auch dafür. Und morgen wird das hier alles noch weggetragen. Da kommt der Kies drauf und dann kann endlich die Sauna kommen. Und das wird ein Träumchen. Sehr schön. Hat ja jetzt nur zwei Monate gedauert. Aber gut will, braucht... Ich weiß gar nicht, wie das heißt, das Sprichwort. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das sehr schön aussehen. Und ich kann mich jetzt auch endlich im Schlafzimmer umziehen, ohne dass die Nachbarn mich nackig da im Schlafzimmer sehen. Hatte ich nämlich das letzte Mal. Da habe ich gar nicht darauf geachtet. Da kam ich aus der Dusche, bin ins Schlafzimmer, wollte mich umziehen, habe mein Badematt rausgezogen und sehen, dass die Nachbarn Gärtner im Garten hatten. Und ich stehe da, merke ich. War nicht so toll. Ich glaube, die haben mich nicht gesehen. Und wenn doch, habe ich den, glaube ich, den Arbeitstag versüßt. So, und jetzt zeige ich euch den Keller. Tadaaa! Natürlich alles voll Wäsche, wie immer. Aber schaut mal, wie schön das jetzt verputzt und gestrichen ist. Das kann man nicht ändern. Also man könnte es nur verkleiden, aber lasst es einfach mal so, wie es jetzt ist. Es ist nun mal so. Aber es sieht viel, viel besser aus als vorher. Die Waschmaschine steht jetzt da, wie man sehen kann. Ich habe die doch... Wir haben die doch auf der Erhöhung gelassen, weil die sonst das Wasser nicht ziehen kann. Deswegen bleibt das jetzt hier so. Das ist auch ganz praktisch, weil so kann ich auch einfacher die Wäsche in die Waschmaschine packen. Da ist der Trockner. Hier ist diese wunderschöne Arbeitsplatte. Und da unten hole ich mir ein paar schöne Körbe für die Wäsche. Und hier oben kann ich natürlich alles schön sortieren und so weiter. Ich habe Ablagefläche. Und es sieht einfach viel, viel schöner aus. Und ich habe auch viel mehr Platz als vorher. Daumen nach oben! Und wenn wir schon mal dabei sind, kann ich direkt Wäsche machen. Jetzt kann ich sogar hier filmen. Es ist mir nicht mehr peinlich, weil hier nicht alles so abgeschimmelt ist. Und es ist so schön hell. Es ist ein richtiger cooler Raum, um zu filmen. Mega nice! Was wolltest du, Joanna? Kannst du mal ein Eis-Ticket bringen? Ja, mach ich! Die Joanna will Schlittschuh laufen. Die muss ich gleich noch in die Eishalle bringen. Und dann muss ich ihr ein Online-Ticket machen wollen. Aber nur für dich, ne? Nicht wieder für uns und Kunst. Richtig geil! Ich fühle mich wie... Wie heißt das? Anna. Anna von Youtube. Die auch immer filmen, wenn sie ihren Haushalt macht. Mir waren bestimmte Sachen tatsächlich immer etwas unangenehm hier zu zeigen. Aber ich verbringe 80% meiner Zeit echt nur in diesem Raum, ne? Wurde Zeit, dass der mal schön gemacht wurde. So viel sollte die Mama doch wert sein, ey. Dass die hier die Schmutzwäsche wenigstens in einem schönen Räumchen waschen können. So. Ist doch viel Wäsche nochmal. Mir hat mal einer vorher gesagt. Was können wir so viel Wäsche machen? Oh Mann. So. Direkt die nächste. So. Dann hier an. Kann ich aus der Waschmaschine wieder Wäsche rausholen. Das ist echt jeden Tag, jeden Tag dasselbe. Ich weiß gar nicht wie es überhaupt geht. Und ich achte schon da drauf. Mittlerweile. Und kontrolliere alles, was die mir so dahin stehen zum Waschen. Und trotzdem ist es zu viel. I don't know why. Und ich mach noch nicht mal Sport. Im Moment. Unnormal. Na ja egal. Wir machen es einfach weiter, ne? Wie sagt meine Mutter immer so nett. Du wolltest so viele Kinder. Also guck, dass du klarkommst. So. Ab dafür. Zack. Aber wenigstens macht es mir jetzt ein bisschen mehr Spaß. In einem sauberen Raum. So. Zack. Wunderbar. So. 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 So.